Social Media Wachstumsfehler Part 3. Keine Stories machen. Auch wenn sie in Sachen Neufollower-Generierung anderen Formaten wie Reels nachstehen, sind Stories die Art von Content, die dich authentisch erscheinen lassen. Also solltest du oft welche posten, am besten jeden Tag. Denn mit dem polierten und perfekten Social Media Feed scheinst du unerreichbar. Und das mögen Fans nicht.